Der Landkreis Dahme Spreewald ist ein Landkreis im Südosten des Landes Brandenburg. Geografie Der Landkreis Dahme Spreewald umfasst das Dahmeseengebiet mit dem Naturpark Dahme Heideseen, die Niederlausitz mit dem Naturpark Niederlausitzer Landrücken und den Spreewald mit dem Biosphärenreservat Spreewald. Mit der Gemeinde Steinreich liegt auch ein kleiner Teil des Fleming im Landkreis. Nachbarkreise sind im Osten der Landkreis oder Spree, im Süden die Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Glausitz und Elbe-Elster sowie im Westen der Landkreis Teltow-Fleming. Im Norden grenzt dem Prinzip der Bildung von Sektoralkreisen um das Land Berlin im Zuge der Kreisreform folgend. Der Landkreis an die Bundeshauptstadt Die Grenzziehung erfolgte nach dem Prinzip der Bildung von Sektoralkreisen. Das Gebiet des Landkreises ist zu 42,2% bewaldet und besteht zu 35,6% aus landwirtschaftlich genutzten Flächen. Geschichte Der Landkreis Dame-Spreewald wurde im Rahmen der Kreisreform in Brandenburg, die zum 6. Dezember 1993 vollzogen wurde, aus den ehemaligen Kreisen Königs Wusterhausen, Lokau und Lüben sowie den Städten Lieberose, Merkisch-Buchholz und Golzen und den Gemeinden Blasdorf, Doberburg, Jamlitz, Lesko, Plattkopf, Speicherow, Teltz, Trebitz, Ullasdorf und Wernsdorf gebildet. Am 23. September 2008 erhielt der Kreis von der Bundesregierung den Titel Ort der Vielfalt verliehen. Politik Die 56 Sitze im Kreistag verteilen sich seit der Wahl vom 14. September 2014 folgendermaßen auf die einzelnen Parteien und Gruppierungen. Die Kreistagsmitglieder haben sich zu folgenden Fraktionen zusammengeschlossen. SPD, Grüne, CDU, Bauern, Die Linke, AfD und UBL, Wir für KW. Die drei Kreistagsmitglieder der FDP und die beiden Mitglieder der NPD sind fraktionslos. Im November 2014 hat die SPD die bisherige Koalition mit der CDU aufgekündigt. Eine neue Koalition über SPD-Grüne hinaus wurde nicht gebildet. Stattdessen will die SPD mit wechselnden Mehrheiten arbeiten. Das Wappen wurde am 16. November 1995 genehmigt. Blasonierung Die Wappen der MTAG Städte und Gemeinden des Landkreises findet man in der Liste der Wappen im Landkreis Damisch-Preewald. Bevölkerungsentwicklung Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerentwicklung des Landkreises Damisch-Preewald ab 1993. Städte und Gemeinden Nach der Gemeindegebietsreform 2003 umfasst der Landkreis 37 Gemeinden, darunter neun Städte. Nach der amtlichen Feststellung 2008 sind drei Gemeinden offiziell zweisprachig. Siehe auch, zum 1. Januar 2013 fusionierten die Ämter Golzener Land und Unterspreewald zum neuen Amt Unterspreewald. Wirtschaft Die wirtschaftliche Struktur unterteilt sich grob in die zwei Bereiche des Nord- und des Südkreises. Während der nördliche Kreis vor allem vom Flughafen Berlin-Schönefeld und industriell geprägt ist, findet sich im Südteil des Kreises eine ausgeprägte agrarische und touristische Wirtschaftsstruktur. Mit dem Gebiet Schönefelder Kreuz, das die Gemeinden Schönefeld, Königs Wusterhausen und Wildau umfasst, besitzt der Landkreis auch einen von 15 speziell geförderten regionalen Wachstumskernen im Land Brandenburg. Insgesamt gab es im Jahr 2007 im Landkreis 153 Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern, wobei der größte Teil in den Bereichen Ernährung und Tabak, Glas, Keramik, Steine und Erden, Büromaschinen und Nachrichtentechnik, Maschinenbau und Metallerzeugung, Bearbeitung und Herstellung tätig war. Es gibt im Kreis vier Standorte mit Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. Schönefeld, Wildau, Krausnick, Großwasserburg, Mittenweide. Im Kreis liegen fünf Branchenschwerpunktorte des Landes Brandenburg, in denen bestimmte Branchenkompetenzfelder konzentriert werden. Mit einem durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukt von 26.249 Euro je Einwohner im Jahr 2006 lag das BIP sowohl deutlich über dem brandenburgischen Durchschnitt von 19.935 Euro EW als auch dem Berliner Durchschnitt von 23.671 Euro EW und im Land Brandenburg nach den kreisfreien Städten Potsdam, Frankfurt und Cottbus auf Rang 4. Laut der Initiative Neue Marktwirtschaft liegt der Landkreis im Vergleich zu allen Kreisen und kreisfreien Städten in Ostdeutschland auf Rang 11 und deutschlandweit auf Rang 151 von 407. Das absolute BIP lag im Jahr 2006 bei 4,246 Milliarden Euro und entsprach einem Anteil von 8,46 Prozent am brandenburgischen Gesamt-BIP. Betrachtet man die Produktivität der Erwerbstätigen bedeutete der Wert mit 65.504 Euro Erwerbstätigen sogar in Ostdeutschland den Höchstwert. Der Wert lag auch deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 59.378 Euro Erwerbstätigen. Nach Angaben der Initiative Neue Marktwirtschaft lag der Kreis mit der Produktivität der Erwerbstätigen deutschlandweit auf Rang 46. Auch bei der Entwicklung des BIP zwischen 1996 und 2006 nimmt der Kreis mit einem Wachstum von 72,3 Prozent den deutlichen Spitzenplatz vor dem Landkreis Teltow-Fleming ein. Deutschlandweit lag das Wachstum im gleichen Zeitraum durchschnittlich bei 23,7 Prozent. Die Beurteilung zur Auswirkung der weltweiten Wirtschaftskrise fällt nach einer Untersuchung der INM für den Landkreis sehr schwach aus. Verkehr Bundesstraßen B87, B96, B102, B115, B179, B246, B320 Bundesautobahn A10, A13, A12 Flughafen Schönefeld Wasserstraßen Hafen Königs Wusterhausen Die Flüsse Dame und Spree und den Norte Kanal Kfz-Kennzeichen Am 1. Januar 1994 wurde dem Landkreis das Unterscheidungszeichen LDS zugewiesen und seitdem ausgegeben. Seit dem 2. Juli 2015 sind zudem die Unterscheidungszeichen KW, LC und LN erhältlich. Bis etwa zum Jahr 2000 erhielten Fahrzeuge aus den Altkreisen besondere Erkennungsnummern. Dabei blieb die Vergabe der Erkennungsnummern für den Altkreis Lokau nur für wenige Jahre bestehen. Die Fahrzeuge wurden dann in Lüben zugelassen. Die Fahrzeuge wurden dann in Lüben zugelassen. Die Fahrzeuge wurden dann in Lüben zugelassen. Vielen Dank.